Sie hören Young Mango von Douglas Stewart, aus dem Englischen von Sophie Zeitz, gelesen von Julian Horeisek, ein Hörbuch des Argon-Verlags. Der Mai danach Als sie zur Ecke kam, blieb Mango stehen und schüttelte die Hand des Mannes von seiner Schulter. Die Entschlossenheit der Geste überraschte alle. Mango drehte sich um, und als er zum Fenster heraufsah, begannen seine Augen nervös zu zucken. Seine Mutter beobachtete ihn durch die Ähren des Gardinenmusters und versuchte sich einzureden, der Tick wäre ein fröhliches Blinzeln. Ein liebevoller Morse-Code, mit dem er ihr mitteilte, dass alles in Ordnung war. Okay. So war er, ihr jüngster Sohn. Er lächelte, selbst wenn ihm nicht danach war. Er würde alles tun, um andere glücklich zu machen. Momor schob die Gardine zur Seite und stützte sich auf die Fensterbank, wie eine Frau die Gesellschaft suchte. Sie hob mit einer Hand die Teetasse und trommelte mit den Perlmutt-Rosa Fingernägeln der anderen an die Scheibe. Sie hatte sich für die Farbe entschieden, weil sie ihre Finger frischer aussehen ließ, und wenn ihre Hände jünger wirkten, dann vielleicht auch ihr Gesicht und der Rest von ihr. Als sie zu Mango hinab sah, drehte er sich ein Stück weiter, und seine Fußspitzen zeigten nach Hause. Sie wedelte mit den lackierten Fingern und scheuchte ihn fort. Geh schon! Ihr Junge ließ die Schultern hängen. Der Rucksack auf seinem Rücken sah aus wie ein kleiner Buckel. Weil er nicht gewusst hatte, was er mitnehmen sollte, hatte er lauter nutzloses Zeug eingepackt. Einen zu großen Vereilpullover, Teebeutel, sein zerfleddertes Skizzenbuch und ein paar fast leere Tubensalbe. Jetzt stand er an der Ecke, als würde ihn der Rucksack rücklinks in den Rinnstein ziehen. Doch Momor wusste, es war nicht der Rucksack, der zu schwer war. Sie wusste, es waren seine Knochen. Das Ganze diente seinem Wohl, und er wagte es mit diesem leidenden Blick zu ihr heraufzusehen. Es war zu heiß für sein Gedöns. Er raubte ihr noch den letzten Nerv. Geh schon! formte sie wieder mit den Lippen und trank einen Schluck kalten Tee. Die beiden Männer warteten an der Ecke. Sie tauschten einen Seufzer und einen Blick und ein Grinsen, bevor sie ihr Gepäck absetzten und sich eine Zigarette anzündeten. Momor merkte ihnen an, dass sie es eilig hatten. Fremde Gesichter waren in den engen Straßen nicht gern gesehen, und sie sah, dass sie sich zusammenreißen mussten, um ihren Jungen nicht zu hetzen. Doch die Männer waren schlau genug, Mango keinen Druck zu machen. Noch nicht. Nicht, solange er noch abhauen konnte. Mit verkniffenen Augen warfen sie ihm Blicke zu. Beobachtend, abwartend, was er als nächstes tat, während sie die Hände in die Hosentaschen schoben und sich den Sack von den Schenkeln pulten. Vor ihnen lag ein stickiger, schwüler Tag. Der Jüngere fingerte sich im Schritt herum. Momor leckte an der Rückseite ihrer Zähne. Mango hob die Hand, um zu winken, aber Momor warf ihm einen finsteren Blick zu. Offenbar hatte er gesehen, wie sie die Mine verzog, oder das Winken kam ihm plötzlich kindisch vor, denn er brach die Geste ab und griff in die Luft wie ein Ertrinkender. In den weiten Shorts und der übergroßen Regenjacke wirkte er wie ein Straßenkind in Kleidern von der Heilsarmee. Doch als er sich die Wolke der Locken aus dem Gesicht strich, sah Momor, wie er die Zähne zusammenbiss und erkannte den willensstarken jungen Mann, zu dem er heranwuchs. Sie klopfte noch einmal an die Scheibe. »Guck mich nicht so böse an!« Der Jüngere der Männer trat vor und legte den Arm um Mangos Schultern. Mango zuckte unter dem Gewicht zusammen. Momor sah, wie er sich die Seite rieb und dachte an die violetten Blutergüsse, die auf seinen Rippen blühten. Sie klopfte an die Scheibe. »Mein Gott, jetzt hau schon ab!« Endlich senkte ihr Sohn den Blick und ließ sich wegführen. Die Männer lachten, als sie dem Jungen auf die Schulter klopften. »Braver Kerl! Guter Kerl!« Momor war nicht Tromm, aber sie reckte die rosa lackierten Finger zum Himmel, schüttelte sie und sang Halleluja. Dann kippte sie den kalten Tee in die vertrocknete Graslilie, füllte die Tasse mit Likörwein, drehte die Musik auf und schleuderte die Schuhe weg. Die drei Reisenden nahmen den Stadtbus zur Sorky Hall Street. Es herrschte eine für Glasgow untypische Hitze, und sie mussten sich durch ein Strom grölender, hemmdloser Männer kämpfen, die die Sonne schon rot gesotten hatte. Auf den Parkbänken gingen aufgereiht, saßen dickarmige Großen...